Dieser wunderschöne Ford Cougar Titanium EcoBoost könnte schon bald vor Eurer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Autohaus Wismar. Der EcoBoost Benziner erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette. Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben einen leichten Einstieg, besonders hinten. Hier sind die Scheiben abgedunkelt, das sieht schick aus und lässt sich so nach draußen. Leichtmetallräder unterstreichen den luxuriösen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder, wir haben immer super Angebote. Die beheizten Fahrersitze bieten viel Komfort und eine hohe Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Cougar schützt Sie rundum mit ESP, Airbags, Nebellampen vorne und der Heizbahnfrontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radionavigationssystem gehört auch ein Bluetooth-Fahrsprecher vom Typ Sync 3. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem schicken und super gut ausgestatteten Ford Cougar Titanium und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.